Ja Leute, ich habe ihn als Skin gepixelt, wie ihr seht. Und gerade dieser Skin war voll ein scheißes Klaus, den hat er mir irgendwie reingemacht. Ich habe ihn als Skin gepixelt. Naja. Das fängt gleich an. So. Gucken wir mal an, was mit unserem Home ist. Kann man auch schon unterfallen, ja. Und frohe Weihnachten an euch, Comedy. Community, Games, Games. Und so weiter. Usuwe, Usuwe, Usuwe. Das war deutsch und heißt und so weiter. Usuwe ist die abgült zu fallen? Mir ist das egal. Ich gehe jetzt, gucke ich. Ich bin heute ein bisschen, wenn ich so oft gekriegt bin. Ich habe ein Glück, ich bin der Beste in Minekraft. Ich verliere immer bei Minigames. Ich spiele das auch nicht so oft, da bin ich so luschen drin. Ja. Nein, das ist ernsthaft so ich spiele so. So selten an Minigames kann ich mich gar nicht denken. Das ist geil. Was machst du da? Bist du hinter mir? Okay. Was machst du da jetzt? Was machst du da jetzt? Was machst du da jetzt? Ein Loom! Oh, ich spreche mir jetzt nicht mehr. Wollte mich retten. Oh, ich lehre. Fein. Naja. Ich habe mir auch zu lange das Spiel hier ist und von denen. Aber Moment, ich muss mal kurz ausprobieren. Der hat sich erledigt. Ich bin wieder in the home. Ich mache keinen Spielschutz anzuzahlen, liebe ich. Und dann muss ich sagen. Hey, go to home. Please. No. No, bitte nicht. No. Oh, das wird nicht mein Englisch. Ich bin so klug. Ich bin so klug. ein Kind. Hallo, hör doch mal auf. Das ist ja meine. Ja. Wir sind ja freundin. Okay, was soll das jetzt von mir direkt zu? Leute, ich springe meine Mini hier raus. Lass mich auch in Ruhe. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich nicht hinruhen lassen, dann springe ich. Sorry, Kollege. Ist eigentlich eine Frau? Wieso gewinnt der eigentlich? Warum ich nicht? Okay. Ey. Ich hab nicht mal angefangen. Ich bereite mal vor. So, Leute. Was geht? Ich bin so scheißlos Klaus und heute spiel mir Mini-Games. Hat Spaß. So, das ist die Bahn. Ich dreh mich gern im Kreis, fliege hoch. Ich dreh mich gern im Kreis und fliege hoch. Ich dreh mich gern im Kreis und fliege hoch. So. Und jetzt. Die Aufnahme ist gerade verkackt. Geil. Egal. So, weiter geht's. Ich hab gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich bin doch kein Noob. Oh, da ist jemand oben eingekommen. Die Dark Tower. Hallo, wer ist Dark Tower? Ich bin im Wasser. Mama. Du bist Gewinner. Ich bin Verlierer. Kannst du mal mit Stamm? Mal einfach weggehen aus meinen Mini-Games. Bist du auf einen Lappen, ne? Ja, das ist es wirklich. Wo, 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 wo. Oh. ich habe nicht gewusst das denn noch ist ich habe nicht gewusst ich würde mich hoch springen nein 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 wir sehen uns Fuck! You got it, you got it, you got it, you got it, it's good. Okay, naja, ich sag nur, das war's mit diesem Video, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und tschau mit auf! Okay. Another year over, a new one just begun, and so this is Christmas, I hope you have come on, the near and the dear ones, the old and the young, a very, very Christmas, and a happy new year, this hope is a good one, without any fear. And so this is Christmas, we can fall strong, the rich and the poor ones, the war is so long, and so happy Christmas, is so long, and so happy Christmas, it is so long. To the top of the top half you can find the most beautiful, the happy Christmas, and a happy new year, this hope is a good one, with a happy new year, to the young, to the young, the young, the young, the beautiful, the young, the young, the young, the young man, and the young, the young. This hope is a good one without any fear. This hope is a good one without any fear. This hope is a good one without any fear. This hope is a good one without any fear. This hope is a good one without any fear. This hope is a good one without any fear. This hope is a good one without any fear. This hope is a good one without any fear. This hope is a good one without any fear.